Hallo meine Lieben, heute kommt endlich meine Gewinnauslosen. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich wollte es eigentlich in der ersten Ferienwoche machen, aber ich war krank und danach hatte ich privat ein paar Probleme und ziemlich viel Stress. Und dann habe ich realisiert, dass ich in 8 Wochen Abi schreibe und dann ging der Stress jetzt richtig los. Also, naja, ich will euch damit auch gar nicht vollhabern. Ich könnte mal einen Vlog machen, wo ich so ein bisschen über diesen ganzen Abi-Stress oder so rede. Falls es euch interessiert, einfach mal ein paar mehr Vlogs. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, also ihr müsst einfach mal schreiben, ob ihr das sehen wollt. Dann könnte ich es mal mal mehr machen, aber falls es keinen interessiert, dann muss ich hier auch nicht einfach sinnlos in die Kamera plappern. So, also zur Gewinnauslosung. Ich habe ja meinen liebsten BB-Creams, also die einzigen BB-Creams, die ich bis jetzt getestet habe, verlost. Ich werde auch bald noch ein paar andere testen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das war über Facebook. Also ich hatte ja auch wirklich gesagt, es ist über Facebook. Tut mir das leid für alle, die über YouTube teilgenommen haben, weil ich meine, es waren die Regeln und ich konnte sie ja dann irgendwie im Nachhinein nicht ändern. Es war dann ein bisschen blöd. Aber das nächste Gewinnspiel werde ich wieder auf YouTube machen. Das war vielleicht nicht so eine gute Idee im Nachhinein. Ähm, also die Regeln wurden ganz gut eingehalten, aber nur eine, die hat fünfmal teilgenommen. Ähm, da habe ich die Kommentare gelöscht, aber sonst, naja. Ähm, ja, ich gebe euch, sage euch einfach mal die Gewinne. Also, ähm, ja, die Nummer 13 hat gewonnen, die, also das Kommentar Nummer 18. Das ist die Nina Schimke. Herzlichen Glückwunsch! Melde dich bitte bei mir unter katycakeatgmx.de und dann sag mir dein Interesse, ich schick's dir zu. Ähm, die Nummer 21 hat gewonnen. Hau mir wibbel. Kommentar Nummer 5. Die Viona Liese. Herzlichen Glückwunsch! Auch dir! Und, äh, Nummer 23 hat gewonnen. Kommentar Nummer 3. Das ist Nilab. Oh Gott, ich spreche richtig aus. Zierlam? Zierlam? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, auch dir herzlichen Glückwunsch! Ich hoffe, ihr freut euch! Für alle, die jetzt nicht gewonnen haben, nicht traurig sein, ich verlos bald wieder, was und zwar ziemlich bald, einen Sigma Pinsel. Und diesmal wird's einfach in YouTube sein, in den Kommentaren, jeder kann mitmachen und es gibt keine Probleme mehr. Ähm, ich hoffe, ihr seid alle gut in 2012 angekommen. Ich werde auch gleich noch ein Video von mir hochladen, weil es tut mir leid, dass so lange nichts kam. Das ist auch echt nicht, äh, in meinem Sinne irgendwie gewesen. Und ja, wahrscheinlich kommt es morgen, weil ich lade es ja immer in ziemlich hoher Qualität hoch, weil ich einfach... Ich hasse es, Beauty-Videos zu gucken, die so schwammig sind, so... Ich weiß nicht, ich will eine schöne Qualität machen. Und, ähm, ja, das wird wahrscheinlich dann das morgen kommen. Vielleicht auch heute Nacht, aber nicht aufbleiben. Also wahrscheinlich wird's ganz schön lang dauern. Ähm, ja. Ja, ich hoffe, wir haben viel Spaß zusammen in 2012. Ich will mir vor allem noch mehr Videos drehen, auch wenn ich jetzt Abi schreibe, aber... Das wird schon. Tschüss!